so Willkommen zurück zu Starbound jetzt auch bei mir zumindest die bessere Qualität. Also ja jetzt 720p und ich 1080p ich nehme jetzt mit einem schlechten Aufnahmeprogramm auf also bezeichnen wie Krisy aber ja wurscht wurscht Hauptsache dass alles klappt Ich 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 bin weg Das scheiße für mich Vielleicht wird man mal den Planeten umwunden Fast intelligenter Du auch Oh so dammt ich bin tatsächlich für dich Oh du stirbst gleich Auf dein Leben Achte auf dein Leben Achte auf deine Gesundheit Jetzt wollte ich sein Tobi Ah Krisy Ich bin lustiger Renato auch wenn ich sehr wie er aussehe Ähm wir sind nach rechts gegangen ja oder? Ich bin gerade am Kohle 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 Eisen 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 ich bin so richtig nicht Du Kannst Woll den Maustausch und das ist die Kugel mit der Wahl das ist eine Fakulmeer und so was ist nur ich bin einfach in die Berghina Köln es sind Kopperschein es haben den optionalen Weg gesucht aber nicht geworfen Prozent schön ist so und verliert wenn diese Sachen aufmacht verliert man diese dass sie kaputt die kleinen das steht im Leben immer ein guter 1 ich bin immer weiter so wird die Kohle links St aber ich habe nur das heißen St und so sind und mit laut auch mitnehmen ja aber nur die Farbe also der Fall der Gleichgewicht das war nicht nur scheiße so ich geh mal weiter Momentan fehl oh das gehört das gehört mir dieser kannst du haben was du willst meine Adler ach ja das ist schön das so in der Erde abzubauen macht es so schön easy oh scheiße ich bin nicht so gut wie tot ich denk mir grad wer hat da gepfiffen oder was du das wer trefft denn da ja keiner trifft es ist ja nicht immer Feuerregen kann der noch treffen brauchst du Cola ja ich brauch dich Cola aber aber ich hab's bekommen zumindest 1 davon von Ding wie steck ich hier fest steckt fest so nicht ganz gut so dass du es genau eine Giffläche verstößt das schweigert und ja also das meinte ich nicht so ein geringes Geleuchtet, vielleicht ein Monster ähm, würde vergiftet ich hab keine Fackeln mehr ach verdammt ich greife die Fächer an mich nicht so also du bist das Holz haben wir eh eigentlich genug oh ein Labor da kann man hinschossen die sind ja nicht noch zu starten ja, kann sein so warte, also ach, wir bauen wieder so warte hm okay so, und jetzt können wir die einbauen haha, sneaky warte so, perfekt ah, du hast eine ist es stärker? wie meine, ja ist es auch stärker wie meine, was hat ein oh 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 gib dir das ich ich hab' ich ich hab' ich ähm 2 x 6 und 2 ich hab' ich ich hab' ich das ich hab' ich ich hab' ich ich hab' ich hab' ich ich hab' ich hab' ich und hinterm sowieso was für Kohle so PIXEL oder was nee, ich meine, die Kohle da ach so es gibt es wird was ist aber bleibt beim Ok ich mache kurz zu essen Nami nochmal ich bin 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 sehr viel okay das bäuchschmer ab nämlich ziemlich viel diesen preis und kreis sachen sind gut zum heiligen wie schon bis dahin die kinder um ja vorraten nicht so gut kraften wenn du da müssen so sind so die umgekehrt 6 und 6 6 spendet schuss wir haben wir auf den 20 was für ein lagefeuer oder sowas ich kann doch nicht du hast das wenn du es von letztem mal mitgenommen hast ja ziemlich sicher nicht ne na dann craft ein neues ich hab nicht wirklich viel Kohle aber ok ne weil ich hab ja ok passt kraft so wo bist du langgegangen so du bostenschütter könnte ich gehöre nicht mehr zu sagen ja ich würde es nur noch nicht herumrennen aber ok ich bin dann im Kreisland gefallen die Werte und siehst du denn das ist gar nicht was zu tun ach nee wirklich nein 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 er hat 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 das hat er das ist der Prozent die Prozent Prozent ich bin zu bewegen was zu durchs nichts mehr dafür so schnell dass ich sie voll aufgeladen was uns die Gäste meine Banane kann ich auch gleich ein bisschen hinlegen müssen ich kann nicht nur ein nicht eine normale Banane und ich bin mit dem Kämpfer die Trauform ich habe jetzt auch schon den ersten und zweiten Part geändert und falls ihr euch fragt da waren schon eine Stelle gemütet im zweiten Part ja auch heute haben wir schon mal den ersten hoch ich sag da wenn meine oben ist dann kannst du dein veröffentlichen und so und du sagst mir doch noch ob der ganz oben in der Abobox bei dir ist, ok? meiner ist sowieso ganz oben ja aber ob meiner ist, weil ich habe ihn ja schon jetzt belastet natürlich ist der ganz oben so wie du in dieser Reihenfolge du es hochgeladen hast so wie das dann erscheinen in der Abobox was bringt uns der Hightech-Block eigentlich? einfach so, dann können wir vielleicht mal was geiles bauen so im Haus da war mal einen gescheiten Planeten auch der Planeten der Planeten sind anfangs Planeten ja eigentlich ganz ganz hübsch muss ich schon sagen ja wie du willst nicht alles abbauen nur so ein bisschen was halt das machen wir als nächstes wie viel Kohle haben wir aber genug? Kohle haben wir? ich hab neunzehn 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 ich hab siebzehn ja trotzdem wir sollten ihn dann noch ein bisschen sammeln ja und was heißt warte ich nicht ja die sind jetzt sehr dunkel aber egal ja ich hab eben bei mir hab ich die Brightness raufgeladen das heißt das ist irgendwie dieses ja ich hab ja Fackeln gemacht das sind halt jetzt weniger Kohle du sollst den Schimmer davon haben was hier abgeht warte da ist sie schon wieder ach da ist sie ja so gut du musst du tun also mit dem das das ist das ist das ist das ist das ist aber ich bin schnell ich bin so ich bin wieder ich bin wieder weil ich nicht das fahren das ist ja gut das ist ja das ist ja logisch das ist ja wirklich das ist ja das ist ja ja ich bin eigentlich nicht alle das waren jetzt nur ein bisschen was 7 sehr viel Preußens wie das Haus so was nur gut ja ich bin abwehr dort ist das möglich Kappa 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 würde es in der Schwingste nach Hause und tot so wir sehen uns immer weiter auch dass wir jetzt die Folge beinten müssen und wir sehen uns da beim nächsten Tag ich werde keinen Schluss machen weil es zu lang wird Tschüssi, Kosti Tschau und einfach dieses Gebäude gelöst gefällte Beine sollen nicht gespürt werden Oha so sehr falsch ist hier mal da guck okay egal das meister